Ja, jede arme Sau, die in ihrem Leben mal Vater geworden ist, muss früher oder später ins Playmobil-Land. Und jetzt sind wir heute hier. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute aus dem Playmobil-Land in der Nähe von Nürnberg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Daher sind meine alte Felizu-Archinoa-Cone. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war es auch schon wieder für heute vom Playmobil Fun Park hier in der Nähe von Nürnberg, genauer gesagt in Zirndorf. Also ich kann jedem noch raten hierher zu kommen, vor allem mit Kindern, Riesenspaß, Riesengaudi, Eintritt 11 Euro pro Person, egal ob Erwachsener oder Kinder. Aber bei über 30 Grad ist es etwas arg warm und da sehnt sich der Körper schon sehr danach aus dem Schweißbad auszusteigen und irgendwo in ein Schwimmbad einzusteigen. Gibt es aber auch hier in der Nähe und es gibt alle Nacht lang irgendwelche Schwimmmöglichkeiten. Also es rendiert sich wirklich, Essen ist nicht schlecht, die Attraktionen sind vielfältig, man braucht einen ganzen Tag, dass man überall durch ist. Ich kann es nur jedem empfehlen.